Norddeutscher Rundfunk 2021 Ertitz Schöner Volleytour! Der Ball ist drin, eh in dem Winkel, nichts zu halten! Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen Toll herein gemacht, schön von Ertitz Schöner Volleytour! Stark gemacht, das Treffer fährt! Er versucht den Volley! Da ist er! Der erste Treff! Einige! Insofern der Treffer folgerichtig! Doch die Zeit heute insgesamt einfach die bessere Leistung Insofern natürlich ein verdientes Tor! Volley genommen! Ganz knappes Ding! Unter die Latte! Und dann rein! Kann aber auch Rauschen weg, das Ding! Nur inspekt für den Kiefer! Noch mal der Treffer! Diesmal aus einer anderen Perspektive!